So, na gut, müssen wir noch mal ran? Verdammt. Der Sentinel hat schnell reagiert. Die Outcasts kriegen Probleme. Ich will ganz mal, hier warst mal die Drohnen weg, würde ich sagen. Ja, nur wie? Oh, wie soll ich am Anfang rumzuschwören, Alter? Was geht damit kaputt? Was ist mit dem Ding denn übertrieben kaputt? Ist sofort tot, wenn die zuschlagen. Ja, 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 das habe ich gemerkt, weil die halt zu viert direkt drauf gehen. Zu viert, zu fünft, ich wollte ja wegschießen. Oh Gott. Der Sentinel hat schnell reagiert. Die Outcasts kriegen Probleme. Leiche gefunden. Flugzeug. Geil. Ich habe ja am Strand alle. Sehr gut. Irgendwas anderes geht mich, glaube ich, gleich. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Ich habe mich schnell im Sand verbuddelt. Ja, ich auch. Aber gehe nicht. Ich habe das Drohnen bis hin auf das Senkel. Vielleicht sollten wir die Drohne einfach mal sein lassen. Ja, habe ich doch schon. So, ich habe alle Störsender und alle befreit. Sehr gut. Dann verziehen wir uns mal hier, bis vorher die Drohnen wieder auf die Idee kommen. Ey, wir könnten ja... Da ist aber noch ein Gegner. Den hole ich mir gerade. Da freien Sie den Lieutenant der Outcasts. Die wird in einer Höhle gefangen gehalten. Du wirst nicht von Pearl Island. Ich muss mich mal gerade kurz orientieren. Warte mal. Hinter mir. Ja, da hinten sind irgendwelche Dinger. Eingänge. Ah, da ja. Ab in die Höhle. Au, 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 au. Oh, Mann. Gerade so geschafft, oder was? Ich bin total fertig von Arbeit, einfach nur. Ach so. Ja, bei mir war es heute einfach nur Chaos pur. Ich meine, dein Job ist auch nicht einfach, aber du sitzt. Weißt du, ich bin den ganzen Tag auf den Beinen. Ja, bei mir ist es auch so, dass mein Kollege quasi fünf Minuten bevor es eigentlich hätte losgehen sollen, merkte, ey, ich kann den Job ja eigentlich gar nicht. Ich wurde mittlerweile aus dem Bett geholt und fahre mit 40 Minuten Verspätung los. Oh ja. Das war natürlich clever. Ich frage doch noch nach, der von töten und du schießt. Mist. Dich hätt's auch erwischt, oder? Ja, leider. Ich hab nur noch die Explosion gehört und dann war Feierabend. Das waren schon wieder solche Typen in Vollkörperanzug. Weil anders kommen sie gegen uns nicht mehr an, als mit Vollkörper-Metallanzügen. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade ein bisschen zu offensiv. Rein in die Olga hier. Los. Hauptsinn die ganzen Feine sind rechts wieder an den Containern. Die sich wieder Resport. Wie hast du das mit dem, äh, mit dem Nachtsicht gemacht? Ah, hier. Und nochmal rechts hast du Wärmesicht, falls du das schon freigeschalten hast. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur... Okay, ich hab Wärmesicht. Alles gut. Mist. Ah. Ja, scheint wohl tot zu sein. Ja, die Frau auch. Der Typ stand direkt vor der und dreht sich weg, als ich grad schießen will. Da ist er natürlich drauf gegangen. Ja, da liegt sie hier. Ja, scheiße. Ja. Eine Frau, der war der Weg, aber du musst zwar vielleicht doch halt abbiegen. Ich leg mich mal ein bisschen schlafen. Was machst du? Siehst du mich? Ja. 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 Er, wach ist ja ja. schon komisch als hätten wir da drüben nie was gemacht sind sie alle wieder da herr ist mir aufgefallen das ist ja das was ich hier meinte dass die feine von mal wieder da sind alter beim nächsten mal mir vielleicht nicht direkt vor die linse latschen das wäre dann jetzt wurde auf einmal sehr rot ja ich wollte gerade auf den gegner schießen da hast du mir deinen fetten arsch in die linse gehalten mein arsch ist nicht fett stimmt ist er nicht erst nur breit gesessen so So Da sind wieder Feinde Zu langsam Heide Weste So Der Waffe lokalisiert Ja super Kommst du? Nö Hilfe Ja Ja Ich sage kommen Nö Ich würde mich lieber mit den Megafeinden anlegen Habe ich auch nicht vorgehabt Ich konnte da nicht raus zu der Stelle Ja da fick ich doch Weil das Fahrzeug war direkt über mir halt so gefragt hast Da konnte ich sagen Ich bin auch dran vorbeigelaufen Ja der ist in dem Moment wo ich ja mal da rüber bin Das ist ja quasi auf mich zu Ne du hast wieder auf irgendwas geschossen Auf das Wildschwein was dich angreifen wollte Ja Da ist ja nämlich Wildschwein hinterher gelaufen Für den Moment Beide So, komm ich wieder zurück. Na dann, geh mal zurück in die Welt. Der Recht ist tot. Okay, das hat die ganze funktioniert, wie ich das dachte. So, und jetzt das ganze nochmal ohne auf Gegner zu schießen, einfach zum Ziel laufen. Ne, überhaupt nicht. Oh, wir sind schon beim Zelt, das ist schön. Na dann, ist immer gut. Oh, wir sind schon beim Zelt. Wenn wir eine Antenne schaffen, können wir das Signal verstärken? Dann sollten Ihre Störsender eigentlich reichen, so gut wie erledigt. Oh, wir sind schon beim Zelt. Oh, paar Gegner. Oh, das Ding ist einfach nur riesig. 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 Ich habe es schon oben. 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 Ich sehe es schon oben. Ich sehe es schon oben. Ich habe 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 es schon oben oben. Ich habe es schon oben. Ich habe es schon oben. Ich bin eben oben. Aber wir haben noch sehr viel zu tun. So, stückeweise. Wollen wir dann weitermachen? Müssen wir mal gucken. Wie arbeitest du nächste Woche? Frühschicht. Mal gucken, ob ich da nachmittags Zeit habe. Ich habe da auch noch meinen anderen Kram. Naja, alles gut. Wenn es passt, passt es. Wenn nicht, dann müssen wir mal gucken. Dann hau rein. Bis dann. Bis dann.